Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Diablo 4 Video hier auf dem Mobile Games Kanal. Es gibt viele Dinge in Diablo 4, die man falsch machen kann oder die man ineffizient machen kann, aber die meisten Dinge, die man falsch machen kann, sind eigentlich nicht so schlimm, denn das meiste kann man korrigieren, sei es, dass man sich verskillt hat, die Skillpunkte kann man nochmal neu verteilen oder irgendwelche Sachen ineffizient gemacht hat. Dann investiert man einfach später ein bisschen mehr Zeit und kann das Ganze wieder auskorrigieren. Es gibt aber eine Sache, wie ich finde, die kann man auch schon relativ früh falsch machen und sie schadet einem vor allem im Late Game und diese Sache ist wirklich nicht so einfach zu korrigieren. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist genau diese Sache, um die es geht und es geht hier um die Aspekte. Ihr habt das mit Sicherheit bereits gemerkt, ihr habt legendäres Equipment und in diesem legendären Equipment sind auch Aspekte drin. Die seht ihr jetzt hier, zum Beispiel bei diesen Schuhen, dann steht hier unten mit dem Sternchen, euer Maximum an Skelettkriegern wird um 2 erhöht. Das ist der Aspekt, ich kann jetzt hier zu diesem NPC gehen, zum Okulisten und diesen Aspekt extrahieren. Nun haben diese Aspekte verschiedene Werte und sie sind nicht immer gleich gut. Ihr seht jetzt hier ein Beispiel von mir, von diesem Aspekt, den ich extrahiert habe, und dann steht, eure Kältemagier wirken um 10 Sekunden einen Blizzard, der im Verlauf von 6 Sekunden 699 Kälteschaden verursacht. Weiter möchte ich gar nicht erzählen, sondern es geht hier um diese 699 Kälteschaden. Ihr seht, dahinter gibt es auch in eckigen Klammern, da steht dann 582 bis 699. Das heißt, bei diesem Aspekt hatte ich das Glück, dass ich hier wirklich das Maximum rausgeholt habe. Also nicht die 582 oder auch nicht irgendwas dazwischen, sondern wirklich das Maximum. Und genau darum geht es. Wenn ich jetzt wirklich diesen Aspekt brauchen würde und ich habe jetzt hier das Maximum, dann wäre es jetzt nicht so schlau von mir, wenn ich sehr früh im Spiel schon diesen Aspekt verwenden würde, weil er mir dann später fehlt. Ganz am Anfang, vor allem am Anfang im Spiel, muss man sagen, wechselt man das Equipment doch relativ häufig. Also man hat einige Stunden Spaß mit dem Equipment, muss es dann tauschen, wenn man ein besseres Equipment bekommt. Im Endgame ist es aber so, dass man die Waffe oder irgendein Equipteil nicht mehr so häufig wechselt. Man möchte aber dennoch so stark wie möglich sein. Und deswegen sollte man die sehr starken Aspekte für das Endgame aufbewahren. Es ist auch so, dass es nicht so einfach ist, diese Aspekte wieder zu formen. Und vor allem mit Max-Werten bekommt man sie eben nicht so häufig. Man muss sie einfach aus legendären Equipment heraus extrahieren. Falls ihr euch jetzt fragt, warum habe ich diese eckigen Klammern bei mir stehen, also egal wo ich auf welches Aspekt gehe, ihr seht es auch hier, besteht eine Chance von 42%, in Klammern 30 bis 60%. Warum steht bei euch diese Klammer nicht und bei mir schon, das kann man sich anzeigen lassen. Dazu geht ihr einfach in Optionen, auf Gameplay und dann gibt es erweiterter Tooltip Vergleich und erweiterter Tooltip Informationen. Die Informationen sind das, was ihr braucht. Ihr könnt auch den Vergleich noch aktivieren und wenn ihr dann auf ein Equipteil geht und hier mit der Shift-Taste klickt, dann vergleicht das mit eurem aktuellen Equipteil, das ihr anhabt und dann folgt ein Vergleich, wie viel sich da ändern würde, wenn ihr das umtauschen würdet. Das soweit. Bei den Aspekten ist es nun so, es kann jetzt sein, dass ihr unbedingt diesen einen Aspekt aber spielen möchtet, weil er zu eurem Bild passt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht dieses Max-Roll verwenden wollt, dass ihr diesen Aspekt aus dem Kodex der Macht holt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich spiele zum Beispiel bei der Waffe, der Primärangriff von Knochensperr machten alle weiteren getroffenen Gegner und so weiter. Also das verstärkt meinen Knochensperr. Diesen habe ich mir bisher aus irgendwelchen legendären Equipment geholt. Ich könnte das Ganze aber auch aus dem Kodex der Macht holen, indem ich einfach dieses Dungeon abschließe. Also es wird euch angezeigt, welches Dungeon und dann könnte ich das auch aus dem Kodex der Macht holen und müsste das nicht aus einem Max-Roll-Aspekt nehmen. Bei diesem hier, den gibt es nicht im Kodex der Macht. Vor allem, wenn man sich jetzt wirklich dafür entscheiden würde, ist es hier besonders wichtig, den nicht früh im Spiel einzusetzen. Übrigens, ein kleiner Tipp, ihr seht das vielleicht auch hier. Es gibt unten noch einen Hinweis, erlaubte Gegenstände und bei manchen, hier beim Amulett steht, Macht erhöht um 50%. Am besten ist es wahrscheinlich hier zu zeigen. Hier habe ich nochmal ein Aspekt, euer Maximum an Skelettkriegern wird um 2 erhöht. Auch hier die erlaubten Gegenstände, die sind aufgelistet und beim Amulett steht dann 50%. Das heißt, beim Amulett ist das Ganze nochmal erhöht. Ich werde euch mal das als Beispiel zeigen. Wenn ich das in den Handschuh reinpacke und ich nehme diesen Aspekt, dann habe ich im Handschuh eingeprägt, euer Maximum von Skelettkriegern an Skelettkriegern wird um 2 erhöht. Das ist schön und gut. Mache ich das Ganze aber nicht in den Handschuh, sondern ins Amulett, dann ist das euer Maximum an Skelettkriegern wird um 3 erhöht. Also Vorsicht, wenn ihr hier irgendeinen Aspekt verwendet, in bestimmten Items steigert sich dann auch nochmal der Wert. Also hier beim Amulett wären es auch nochmal 50%. Bei diesem Aspekt wäre es bei der Zweihandwaffe 100% und Amulett 50% und bei dem anderen standardmäßig so wie es steht. Ich hoffe, das Ganze hilft euch. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!